Das ist meine Energydrink Dosen-Sammlung. Das ist einmal ein Regal, noch ein Regal, noch ein Regal. Da, ja. Und, ja, ich möchte selbst mal wissen, wie viel das sind. Ich habe die noch nie gezählt. Ich sage, das ist, glaube ich, schon seit zwei Jahren ungefähr. Ja, ich will auch wissen, wie viel Pfand das hier wäre. Wenn ich mal kein Geld habe, wie viel ich dann damit verdienen kann. Und ich werde zwar nicht übers Herz bringen, das so wegzubringen. Aber, ja, auf jeden Fall, ihr könnt jetzt mal raten, in den Kommentaren, wie viele das sind. Und, ja, zählen bringt nichts, weil da stehen noch welche dahinter, da auch. Und, ja, jo. Und dann, ja, der Gewinner kriegt von mir einmal Hallo sagen. Jo. Wenn ihr auflösen könnt, weiß ich nicht, aber rechnet mal mit ungefähr in den nächsten zwei Tage bis fünf Jahrhunderte. Ciao.